Nein, ich höre nicht auf dir zu sagen, dass du wieder in deinem Account posten musst. Nein, ehrlich Gaston, seit jeder weiß, dass ich Felicity bin, ist es nicht mehr dasselbe. Wenn ich als Nina poste, stehe ich total im Mittelpunkt, das ist mir peinlich. Weißt du, auch viele Schauspieler sind schüchtern, aber beim Spielen fühlen sie sich sicher, so geht's mir auch. Felicity war meine Rolle und in der habe ich mich sicher gefühlt. Vertrau mir doch einfach, Nina, was du schreibst ist richtig gut, das solltest du niemandem vorenthalten. Momentan will ich nichts posten, verstehst du? Zieh mir einen Schlussstrich unter dieses Thema, okay? Ehrlich, Nina, das solltest du dir wirklich sehr gut überlegen. Hey, darf ich dir was vorschlagen? Nein. Du weißt noch gar nicht, was ich sagen will. Es liegt auch auf der Hand. Willst du mit mir singen? Nein, 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 ich singe nur als Felicity, als Nina ist mir das peinlich. Das Wichtigste ist, dass du dich getraut hast. Es ist egal, ob Felicity schreibt oder Nina singt. Das bist du, das sind deine Stimme und deine Gedanken. Es war sehr tapfer zu zeigen, wer du bist. Du hast Felicity erschaffen, weil sie Nina beschützt hat. Jetzt, jetzt lass sie gehen. Wer weiß, vielleicht solltest du ja schreiben. Wechsle nicht das Thema, ich kenn dich doch. Halt, warte. Was denn? Die Kamera kann uns sehen. Na und, darf ich dich hier nicht mehr küssen? Vielleicht, aber nur ganz kurz. Warte mal, ich hab ein paar Berechnungen angestellt. Hier, siehst du? Jetzt lach mich doch nicht aus. Und es gibt nur einen Ort, wo die Kamera uns nicht erwischt. Wo denn? Hier. Was? Hier? Echt? Genau hier. Und wie ist es hier? Nein, Gaston, durch den Neigungswinkel der Kamera kann sie uns hier nicht erfangen. Ich atme nicht. Nein, keine Sorge. Hier kannst du machen, was du willst. Keiner sieht dich. Jetzt. Hallo. 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 Wie geht's? Lass. Hast du gesehen, was auf Video gepostet ist?